So Leute, jetzt geht es weiter mit der Schlacht von Zala. Wir finden es natürlich auch normal. Ich habe mir schon mal angeguckt, das Briefing. Also wie es aussieht, haben wir es hier massiv mit Schlamm zu tun. Deswegen würde ich sagen, gehen wir auf Schlamm auf. Ja. Okay. Erobern Sie im Schlamm feststeckende Fahrzeuge. Wir benötigen all unsere Kräfte, um den Feind zurückzuschlagen. Verteidigen Sie die Bahnstrecke. Sie dürfen unsere zentrale Versorgungslinie nicht abschneiden. Der Feind muss mit einem Gegenangriff aus dem Gebiet vertrieben werden. Okay. Flach von Zala, Juli 1941. Tja. Dann warten wir mal ab, was uns hier erwartet. Genossen, der Feind hat seine Kräfte überall abgezogen, um hier konzentriert zuzuschlagen. Es ist sein letzter Versuch, die Bahnstrecke zu erreichen, unsere zentrale Versorgungslinie. Aufgrund des erzwungenen raschen Rückzugs sind einige unserer Fahrzeuge im tiefen Schlamm stecken geblieben. Bergen Sie sie mit dem Bergungsfahrzeug. Wir benötigen all unsere Kräfte, um den Feind zurückzuschlagen. Okay. Wir gucken uns erstmal jetzt hier an, was wir hier haben. Das ist... Ich tippe mal, dass das hier für den Panzer, wo dann gedacht wird. Haben wir? Ja, haben wir. Das ist wunderbar. Ich gehe hier rein. Ja, das weiß ich, ja. So, Panzer hierhin. Panzer hierhin. Panzer hierhin. Panzer hierhin. Panzer hierhin. Oh, Panzer hierhin. Panzer hierhin. Panzer hierhin. Du hierhin? Oh, cool, wir können direkt rein. Ja, perfekt. Dann kann man heuer. Ja. Ich gehe hierhin. Ich erwarte die Verwaltung. Ich bin bereit, den Verwaltung zu beantworten. Ich gehe hierhin. Ich gehe hierhin. Ich gehe hierhin. Du hierhin. Ich gehe hierhin. Das Panzer hierhin ist bereit. Ich gehe hierhin. Du hierhin. So, haben wir hier noch irgendwas hier unten? Nein, nein, nein. Alles gut, alles gut. Perfekt. Die kann man nicht bewegen. Okay. Oh, jetzt geht's. Wir müssen bereit machen. Der Feind ist in Bewegung. Okay. Er darf die Schiene nicht erreichen. Oh, da unten sehe ich was. Okay. Oh, Mist. Ähm, hierhin? Hierhin. 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 Ja. Verwärts? Ich hoffe, dass die Verwärts ist. Ich hoffe, dass die Verwärts ist. Kann ich... Verwärts? Ja, geht nicht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin bereit. Prichose auf die Weg. Ich höre. Ich höre. Ich höre. Wir sind bereit. Wir brauchen die Pfeife. Wir sind bereit. 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 Scheiße. Ich hab mir den Panzer gefragt. Der war aber eingekramen. Ich bin bereit. Wir sind bereit. Verwärts? Ja. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Ich bin bereit. Ich schicke mal hier noch einen Panzer mit. Ich bin bereit. Abzellarie. Ich bin bereit. Wir sind bereit. Ich bin 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 bereit. Wir werden hier ein bisschen die Pumpe lagieren. Wie es wieder aussieht. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Oh, Verstärkung. Cool. Ähm. Die schick ich aber... Ähm. Kommt erstmal hier hin. Ich bin bereit. Hä? Da? Da sind rein. Und dann gehen wir mit. Dankeschön! Ich sache Ihnen. Du? Du hier hin? Ähm. Nee. Ab hier hin. Mit dann어나 Sabieren! Alles dahin. Ich kann hier etwasFin spekven Typek sind. Ich verstehe die Minderung! Oh, wunderbar. Wollen wir da noch was rein? Was machst du denn hier? Kommt ja mal auf die Seite. Was ist das hier? Ich schicke euch mal erst hier in den Wald. Wenn ich es euch brauche, zack. Wir sind bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Haben sich die Ziele verändert? Okay, dann kommt mal mit. Ich lasse trotzdem hier in Druck noch stehen, weil ich der Sache nicht traue. Ich schicke euch jetzt hier mal in den Wald. Ich bin bereit. 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 kann man dich bewegen so nein okay dann abtransport jetzt gucken wir erst mal alles was wir noch haben Transport ist bereit! Ja, voll in Ordnung. Gäuble hier! Entschuldigung? Entschuldigung! Komm schon! Entschuldigung! Gäuble ist bereit! Entschuldigung! 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 Ja! Transport ist bereit! Ja! Gäuble ist bereit! Gäuble ist hier! Gäuble ist bereit! Gäuble ist bereit! Ähm... Ja... Verstärkung eingetroffen! Den hätte ich gerne da oben. Oh! Gäuble ist bereit! Gäuble ist bereit! Transporter! Gäuble ist bereit! Gäuble ist bereit! Gäuble ist bereit! Gäuble ist bereit! Luftabwehrgeschütz! Okay, da wissen wir schon, was uns hier wohl erwartet! Gäuble ist bereit! 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 Hier unten? Bewerbungsfahrzeug. Noch irgendetwas hier? Nein. Pekota hier. Nun, wird es gemacht. Sлушаю. Ja, genau. Pekota hier. So, ähm, ja. Was ich gerne hätte, ist... Das ist den Panzer da oben. So, ihr geht hier mal in Entdeckung. Jetzt gucken wir mal, wir müssen doch den... Es geht? Oh, endlich. Nee, ich eben gegen die ganze Scheiße nicht. Jetzt geht's. Perfekt. Wir sind bereit. Pekota hier. So, richtig. Pekota hier. Pekota geht. So, was haben wir? Ich hoffe, ich habe ein Gespräch. Wo kannst du mit rein, würde ich sagen? Ich bin bereit, ich bin bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit. Sлушаю. Der müsste doch dann jetzt mir sein. Ich bin bereit, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. so ich hoffe dass der jetzt mir jetzt jetzt ist er mir getroffen zu ich hatte ja das war es für jene prekazen ich hatte ja ich werde jetzt Da. Wir schicken noch einen Offizier mit Waren. Sehr schön. Wunderbar. Wir sind bereit. Ja. Wir sind bereit. Pfeffer auf den Weg. Pfeffer auf den Weg. Ja. Ja. Ich gehe. Ich bin bereit. Ich gehe. Ich habe die Ziel. Ich gehe. Ich gehe. So. Das ist gut. Ich gehe. Wir sind bereit. So, Pechota ist bereit. Ich werde dich ja lieb, die Grenadier. Pechota auf den Weg. Dann kann man hier rein, den Artillerie-Panther. Ich bin bereit. Technik ist bereit für die Arbeit. Pechota geht. Bekommen zu beobachten. Ich bin bereit. Überraschung? Ich würde, das war eine eindeutige Angelegenheit. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier rüber? ich möchte was gucken was ist denn da hin er hat er hat er hat der junge oder ich habe nur gekriegt wir gucken mal ob wir hier noch irgendwas klauen können die leistung dazwächter er hat er nur ihr werdet er hat er hat ich war die jahre das geht natürlich gar nicht dass wir jetzt hier ja manche könnt jetzt hier gerade ich war doch gut das da was man bekommt nimmt das geht gar nicht was wir machen ist prekasse diese fahrzeuge wir versuchen hierüber zu kommen das ist die engste stelle ja ja gott ich hatte идет dass alle katate mp was bei jene слушаю kruzowik snabber nie готов ja gott auch kein scheiß ja die engen stellen die schaffte er die schaffte das ist doch schon mal ganz gut dann stellen wir vielleicht die geschütze hier so vorne doch das passt Ich bin bereit. Die Pohre ist bereit. Die Pohre ist bereit. Ich höre. Die Pohre ist bereit. Die Pohre ist bereit. Ja, ich bin bereit. So. Ich bin bereit. Die Pohre ist bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich will nichts im Rückraum haben, dass es dann plötzlich heftig irgendwo knallt und dann sehe ich richtig alt aus. Ne, das ist... Das sind Panzer, das wissen wir. Ich bin bereit. Die Pohre ist bereit. Die Pohre ist bereit. Die Pohre ist bereit. Ich höre. Ich höre. Ich will. Ich will. Wir schauen. Und Jodermann hat nur die Seite komplett geräumt. Die Pohre ist bereit. aber hier komme ich nicht drüber das ist doch ich habe darüber aber das wäre halt einfach zu was das hier rüber so jetzt wir sammeln jetzt alle an einem punkt es gibt nur diesen einen punkt ja hier natürlich aber erwartet er mich mit sicherheit also wäre hier der punkt ganz gut ist eine enge stelle hatte hier diese stelle hier das hier holt und das nade das könnte klappen die panzer kommen hier hin 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 unter dem hier hin hier hin hier hin hier hin hier hin Ich war erstmal hier so lang. Abschleppfahrzeuge. Abschleppfahrzeuge hier hin. Abschleppfahrzeuge hier hin. Ich bin bereit. Ich erwarte die Veränderungen. Ich bin bereit. Ich erwarte die Veränderungen. Ja, das passt doch. Das ist doch eine wunderschöne Ansammlung. Von Truppen hier. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen, aber okay. So Leute, dann würde ich sagen, mit diesem Bild verabschieden wir uns erstmal von diesem Part. Und im nächsten Part gehen wir dann oben die Stellung an. Ich habe jetzt hier unten die ganzen Karten geklärt. Das hier unten ist noch Versorgungsdepot. Moment mal, bevor wir machen. Was ist das? Mein Gott, haben die ein riesen Ding für so Transporte, dass die so groß sind. Ja gut, komm. Ja genau. Ja genau. Nehmen wir sie mal mit. Moment, da habe ich eine bessere Idee. Wir nehmen die mit. Und holen diese Fahrer. Und packen die dieses Fahrzeug hier hinein. Und ein anderes auch noch. Weil die Transporte, die brauche ich jetzt wohl absolut nicht mehr. Komm schon. Jetzt. Jetzt. Hier stört ihr nicht. Transport ist bereit. Peehautas hier. Peehautas geht! Peehautas ist bereit. Peehautas ist bereit. kann ich ja dann noch mal eins mobilisieren die geschütze hier ja die musik das panzer leute wir holen uns noch diesen panzer hier raus mittlerer panzer doch schön zu sehen was da so alles so wenn wir dann nachher hier drüben sind brauchen wir keine dann können wir diese geschütze ohne transporter setzen besucht das eine oh ja und er ist noch voll funktion tüchtig wie das aussieht mittlerer panzer oh ja perfekt dann gucken wir uns doch mal was ich würde sagen wir uns doch mal ein bisschen ja ja das ist jetzt hier dann das ist das ist das ist Pehota ist bereit. Ich hoffe, ich bin bereit. Pehota ist bereit. Gрузowik, das ist bereit. Ich hoffe, dasselbe. Ich höre. Ich höre. Ich höre. Pehota ist bereit. Ich höre. Ja. Ich höre. Ich höre. Ich höre. Das ist ja wunderbar. Ich höre. Ja. Wir haben hier noch ein besatzungsmitglied. Manche hören sich ja ein bisschen drunter. Pehota ist hier. Ich höre. Ich hoffe, dasselbe. Und dann haben wir hier noch einen Panzer. Hier. Ich höre. Und mit dieser wunderbaren. Ähm. Suche. Von einer Einheit. Wo wir hier gefunden haben. Beabschiede ich mich jetzt. Oder haben wir hier noch was. Wir haben alles gekabert. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Und dann. Im nächsten Part werden wir. Dann die Angriffe auf die anderen. Vier Ziele beginnen. Das war's von dem Part. Bis dann. Und ciao.